hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute gibt es alle neuen lupi kurz bis gleich so und zwar gibt es gerade richtig viele lud bei kurz bevor wir mit dem video starten würde ich dich bitten mein kanal zu abonnieren und die glocke zu aktivieren und ihr könnt gerne meinen creator code forfait im fortnite itemshop eintragen da ich regelmäßig fortnite skins verlose und damit ich weiter sowas machen kann würde es mich freuen wenn ihr meinen creator code forfait eintragen würdet es ist natürlich freiwillig aber würde mich sehr unterstützen und mich auch freuen und zwar noch kurz eine sache vorweg noch und zwar würde ich euch empfehlen hier dieses loot boy pack zu holen was jetzt neu herausgekommen ist man kann fünf am tag bis morgen öffnen also heute fünf morgen und ihr bekommt dann ihr könnt dann zehn euro amazon bekommen ist natürlich nicht sicher ich habe heute leider nicht bekommen aber vielleicht morgen aber auf jeden fall besteht die chance zehn oder fünf euro amazon hier zu bekommen dann fangen wir gleich mal mit dem ersten neuen code an der heißt es gibt alles groß geschrieben und wir erhalten 1000 coins dann gibt es noch einen code es gibt sehr viele neue kurz insgesamt in der zahl 1 2 3 4 5 neue kurz dann gibt es noch ein code es noch ein code was alles zusammengeschrieben und wir erhalten 5 diamanten 1000 coins dann gibt es noch einen neuen code aber der ist nur für neue nutzer da ist es ist ja hier es trooper wir erhalten hier auch 5 diamanten und 2000 coins aber er ist nur für neue nutzer dann gibt es noch einen code wie gesagt verschenke ich mehr mehrmals fortnight skins einfach an euch ihr müsst dazu einfach mein epic name in die kommentare schreiben und es würde mich freuen wenn ihr mein creator code vor für dem product item shop eintragen würde damit ich oft fortnight skins verschinken werde ich habe schon oft welche ausgehauen und hier und dann kommen wir auf jeden fall zum nächsten code da ist new code hier new code wir erhalten 2000 coins und dann gibt es noch den standen standard code welkom gg wo wir fünf diamanten und jetzt nur noch 1500 coins erhalten das haben sie irgendwie geändert aber der nur für neue nutzer ist und dann gibt es noch bis gott 500 lösen wir ihn ein und welkom 500 den werden wir jetzt auch noch einlösen habe ich habe ich schon gemacht und nicht mehr gültig ist gs 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 6 magic 6 x bayern bindestrich 0 5 5 21 und e sport das ist nicht mehr gültig auf jeden fall schade eigentlich ja dann den daily boost habe ich schon abgeholt ihr könnt auch gerne meinen discord server join denn da stehen auch immer alle aktuellen nutre kurz könnt ihr auch gerne machen und dann wollte ich mich noch bedanken für den stream gestern wir hatten 35 zuschauer vielen vielen dank hatte selten 35 zuschauer auf jeden fall war ein nicer stream es ist wieder geplant bald einen neuen stream zu machen auf jeden fall war es das dann mit dem video lasst gerne ein like und abo da und aktiviert die glocke um keine weiteren rickrott videos und streams zu verpassen dann würde ich sagen bis zum nächsten mal